Wir suchen immer Pflegepersonal. Bei uns kann man auch quasi als Quereinsteiger anfangen, als Pflegeassistenten. Mitbringen dafür sollte man einfach so das Herz für Menschen, das Herz für Menschen sich auf den einstellen zu können und den einfach gut versuchen zu wollen. Wünsche sind wichtig, dass man die erfüllt, aber auch so eine gewisse offene Kommunikation, dass man jeden Tag auch so eine andere Situation bewältigt. Also jeder Tag ist ja nicht dasselbe, man ist immer mal ein bisschen anders drauf und so sind es auch unsere Bewohner und dass man sich so darauf einstellt, wie er an dem Tag ist und so dann eben auch pflegt oder versucht.